Sobald ihr fertig seid mit eurem Video wollt, ihr es natürlich der gesamten Welt zeigen. Ihr könnt es in der Preview und der Vorschau nochmal kurz gegenchecken, aber dann klickt ihr einfach auf Share und Download. Ihr könnt ihr mit einem einfachen Klick das Video einfach herunterladen, bekommt dann eine MP4-Datei und diese Datei könnt ihr wo auch immer wieder hochladen oder auch offline, sprich in der Präsentation oder auf eurem Handy zeigen und verwenden. Wer allerdings mit YouTube arbeiten möchte, für den haben wir hier eine spezielle Funktion eingebaut. Ihr könnt ganz einfach einen bestehenden YouTube-Kanal von euch connecten, also verbinden. Es erscheint dann hier ein Dialog. Ihr wählt einen Account aus, gebt das Passwort ein. Dann fragt ihr euch, welchen der tatsächlichen Accounts auf YouTube, auf welchen der Kanäle wollt ihr verbinden. Ich wähle hier meinen Segel-Kanal aus und dann sagt ihr bitte, lasst das zu, wie nur bis darf, im Auftrag von euch Videos hochladen. Und nun seht ihr, haben wir zwei Accounts verbunden, den gerade eben, meinen Segel-Account, meinen privaten Account und dann hier auch den Vinubis-Account. Wenn ich jetzt auf YouTube gehe, dann kann ich die Accounts auswählen, wo auch immer ich ihn hinladen möchte. Ich kann hier tatsächlich einen Titel eingeben. Ich kann hier Beschreibung eingeben. Ich kann hier sagen, Privat, Unlisted, Private. Das ist also genauso, wie es auf YouTube auch ist. Ich kann Text vergeben, Video, Vinubis und ich kann natürlich auch Kategorien vergeben. Wenn ich jetzt auf Publish klicke, dann übernimmt Vinubis die Veröffentlichung auf YouTube. Das heißt, ich muss hier nicht abwarten, bis das fertig gerendet hat, sondern ich kann nach Hause gehen, mir einen Kaffee holen, kann den Rechner runterfahren. Darüber hinaus bietet Vinubis noch Funktionen an für Corporates, also für Firmen. Dass Sie zum Beispiel einen festen YouTube-Account integrieren, sodass all Ihre Mitarbeiter nur in einem und denselben YouTube-Account publizieren dürfen und können, ohne dabei das Passwort zu kennen. Ja, und wir bieten natürlich auch einen individuellen Export an. Wenn jemand speziell sagt, ich muss mein Video aber auf Server ablegen, in einen anderen Account einlegen, bei Vimeo oder anderen Anbietern, dann realisieren wir das in unserem Corporate-Angebot genauso für euch. Untertitelung des h Kent Untertitelung des hines Untertitelung des hines